Ja, moin Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer anderen Folge von Fortnite, Rette die Welt. Und heute habe ich mal so ziemlich die beste Folge, die bisher kam. Und zwar gab es heute einen richtig heftigen Scammer Prank. Es gab Reaktionen wie tatsächlich auch ein trauriges Weinen. Einfach komplett No-Name Reaktion, die einfach gar nichts über ihn ausgesagt hat. Und dann noch eine Reaktion, die so zwischen beiden ist. Also so komplett unbeeindruckt und komplett bei der Eskalation. Leute, ihr müsst euch das einfach gönnen. Ich habe mir auch dieses Mal wirklich richtig viel Mühe gegeben. Habe mal ein paar Effekte mehr und so reingeschnitten. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt. Wie gesagt, ich habe extrem lange jetzt auch schon da dran geschnitten. Und natürlich gibt es auch heute wieder eine Black Scar zu gewinnen. Alle Gewinnspiele werden demnächst gebündelt in einem Video aufgelöst am Ende oder am Schluss. Das weiß ich noch nicht genau. Also gönnt euch auf jeden Fall auf jeden Fall die nächsten Videos. Denn da werden alle Gewinnspiele der letzten Videos auf einmal aufgelöst. Um sie zu gewinnen, das ist ganz easy. Würde ich sagen, für die Aktion gebt ihr mal einen guten Daumen nach oben. Abonniert und schreibt in die Kommentare Hashtag Abo und Like is da. Und warum ihr die Black Scar gerne haben wollt. Ansonsten würde ich jetzt sagen, ich muss euch noch kurz was zum ersten Trader sagen. Denn ich habe vorher versucht ein anderes Format mit ihm aufzunehmen. Aber irgendwie hat die Aufnahme nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, kann ich ihn ja direkt im Anschluss so als kleine Wiedergutmachung pranken. Sodass er trotzdem im Video ist. Also ansonsten Leute würde ich sagen, viel viel Spaß mit dem Video. Und let's go. Oh nein, ich bin nicht dabei. Hast du ihn nicht aufgenommen oder nicht? Nein, ich habe auch so den vergessen. Oh Mann. Egal, würdest du, dann lass einfach nochmal traden, weil ich würde auch ein paar Robuste geben so als Entschuldigung. Also was könntest du mir so geben? Ich könnte dir die Schwerter geben, Müllkanone könnte ich geben. Und auch Robuste und Malachie. Also das ist, ja, ich könnte dir geben. Warte, ich dropp nochmal hier. Zeig einfach mal, was du mir geben würdest. Zedet, warte doch mal bitte ganz kurz. Ich gucke mich gleich wieder an. Guck mal, das ist so Robuste und das ist so Malachie. Wie ist das denn jetzt von allen oder was ist das genau jetzt? 2 Stacks Malach, 2 Stacks Robuste, 206er Schwerter und 130er Müllkanone. Ja, ich versuch, ich könnte dir geben, brauchst du Totengräber 130? Weil da habe ich eigentlich genug von. Ja, ich brauche alle Waffen jetzt eigentlich für Box. Also ich habe 5 Totengräber 130. Ja, zeig einfach mal. Das habe ich aber auch eigentlich zu verdanken den Dings. Toll geht's, vielleicht kennst du ihn auf YouTube. Wen? Toll geht's, den mag ich richtig. Äh, jetzt nicht direkt, aber kann ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Hast du noch, was hast du noch so? Zeig einfach mal, was du dazu geben könntest. Sind das, sind das dein einziger Waffen? Ja, zeig einfach mal, zeig einfach mal. Alles, aber das ist ein bisschen nervig. Ja, muss nicht alles, zeig. Ich will halt mal sehen, wie, was du dazu geben könntest. Das sind meine 130er Waffen. Nice für die Box, Alter. No, God! Hast du das gemacht? Ja, für die Boxwaffen. Ja, ist dein Ernst? Ja, ich brauche halt Waffen für die Box. Nee, leider nicht. Im Lifestream heute. Ja, egal, aber gleich. Hä? Ja, ich brauche halt Waffen für die Box im Lifestream heute. Deswegen, weißt du. Und deswegen klaust du die von mir? Ja. Hä? Ich bin jetzt auch für deine Abonnenten verarscht. Ja, ich brauche halt Waffen für die Box. Ich mach mal nicht so. Ich mach mal nicht so. Oha, 130er, Alter. Nice. Richtig heftig. Hey, geh mal wirklich. Wollte verlosen. Kennst du jemanden mit Skizze, oder? Nein. Ich nicht, aber mein Freund. Hä, woher hast du die alle? Hast du die alle hertradet? Ja. Oh, tut. Also, wie gesagt, Tollgit ist ein richtiger Ironman. Ganz gerne bei ihm vorbeischauen. Tut mir leid, Mann. Aber irgendwo, ich muss ja auch irgendwo Waffen herbekommen, ne? Ja, war als ob du so deine Waffen herbekommst. Ja, weiß wie ich dich feier eigentlich. Ja, aber schau mal, komm mal mein Witzlevel. Ich hab nur noch 100, und jetzt hab ich, ich sag dir mal meine Waffen. 130er Totengräber, 106er Edelwerfer, 106er Nocturnus, noch 2, und sonst hab ich so 82er Waffen. Ja, guck mal, aber... Aber was ist das? Guck mal, du warst hier eben nicht im Video, ne? Ja, leider. Ja, und deswegen hab ich mir gedacht, mach ich doch jetzt einfach Scam oder gescannt Prank mit dir. Wenn du doch im Video bist. Alter, die Kasse, komm mal her. Junge, komm. Oh mein Gott, mein Herz. Komm, jetzt mal hoch, jetzt haben wir die Waffen auf. Ich dachte mir schon, du warst. Junge, als ob ich so meine Waffen krieg, WTF, man. Dann deinstallier ich lieber. Oh mein Gott. Gönn dir alle. Digga. Schnapp sie dir. Ich will feier dich an, das ist wirklich. Gönn dir noch Dings hier. Gönn dir noch das geschenkt. Was? 200? Ja, ja, gönn dir. Weil ich geprankt hab. It's a prank, abonniert mich. Digga, kannst du ja nur mal meinen YouTube-Namen reinschreiben, wenn's geht? Ja, ja, mach. Ich bin ein Scammer. Ey, ich komm nicht klar. Ah, hi. Äh, du wolltest traden, oder? Ja. Okay, perfekt. Ähm, äh, was kannst du so zum Anbieten? Also, oder was brauchst du? Bessere Frage. Ich hab nur noch diese Waffe und diese, deswegen brauch ich auch ein paar Waffen. Das sind alles, was ich noch hab. Okay. Ich hab 4 und 4 hundetreißiger Toten. Okay. Hm. Was brauchst du denn? Einfach alle Waffen, weil ich brauch paar für die Box und paar halt zum einfach spielen. Okay. Ich könnt dir anbieten, Sunbeam. Was würdest du mir für 100 geben? Okay, warte. Und für so, so. Ich hab aber gerade relativ viele Truppen geworfen. Okay. Aber das sind die einzigen gerade, wo ich traine. Also die drei kannst du trainen. Ich hätte noch die 206. Ja, okay, dann würde ich die 5 nehmen. Ich könnte, gebt dir auch für ein Stack. Ja. Warte, darf ich nochmal blitzschauen? Ja. Okay, dann ist für die Box erst mal gegönnt. Ich jetzt nochmal so einen Strahl? Nee. Ich hab, ich brauch's selber. Ich hab nicht mehr so viele. Wieso hast du mich jetzt gerne? Was? Ja, ich muss ja auch irgendwo Waffen herbekommen. Ich brauch mein Blitzlevel an, also. Was ist das? Hä? Ich brauch mein Blitzlevel an. Ich krieg kaum was getradet. Ich kann nicht gut farmen. Aber noch nicht so gute Skizzen. Ich brauch ja auch was für meine Box. Ich weiß, dass du ein YouTuber bist. Ja, und? Wieso skimmst du nicht? Ja, ich brauch ja was für Abortraden. Für die Box. Für die Verlosung. Das sind alles so 130er Waffen. Was? Ja, ich weiß. Ich verlose immer 130er. Ja, wieso hast du mich da nicht schreit? Ja, weil ich gerade keine hatte, aber ich livestream will gleich. Ah, ist da. Ja, okay, dann korrekt, ne? Hau rein. Okay. Es war an dieser Moment, dass er wusste. Er war schreit. Ja, Mann? Nein, 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 nein! 12 Sekunden später. Kannst du was sagen? Ja. Okay, nice. Äh, jo, dann danke, ne? Und wenn du jemandem sagen kannst, der die geben kann, dann sag mal. Und, ach ja, hier, warte. Das sind glaub ich deine. Geprankt. Ich liebe Waffen schon sehr. Diese emotionsvolle Reaktion. Ja. Hallo, Aims? Ja. Hi. Hi. Kann ich kurz mal Lager? Hm, ja, warte, kann ich dir erst mal die Waffen zeigen, weil danach werden Dings hier stürzt ja Sturmschild ab. Ich zeig dir einfach mal alle, was ich hab, okay? Ja. Also, ich hab keine anderen mehr Waffen mehr. Ich kann dir sonst nur noch geben. Warte, ich kann die Waffen geben. Na, alles gut, alles gut. Ich brauch keine Schattenschlitter. Äh, hast du Malachie? Ja, Malachie, hab ich auch. Ja, da will ich Malachie, äh, kann trainen. Hab ich auch ziemlich viele. Okay. Ich hab auch Robuste, wenn du die brauchst. Ah ja, Robuste brauche ich dringend. Also, ich hätte auch noch Schattensplitter, könnte ich dir auch noch geben. Ähm, 130er Falle. Ja. Deckengas. Ähm, was gibt's noch so, was ich hier geben könnte. Honig. Kann ich dir auch noch geben. Auch nicht dupliziert, glaube ich. Also, ich hab's nicht dupliziert auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist nur mein ganzer Mentor. Okay. Sammle das auf? Na, ist schon okay. Alles gut. Vertraust du mir? Ja, ja. Äh, Ding. Also, wie viele Stecks Robust hast du? Oh, hier sind fünf. Äh, ich sag dir mal meine Sachen. Ich hab auch noch Sachen im Lager. Kannst mit dir angucken. Ich hab noch 130er am Lager. Und, äh. Echt? Ja. Warte. Scammer wird gescammt. Easy. Halt's ab! Nein! 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 Gott, bitte, nein! 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 Warum scamst du nicht? Und irgendwoher musst du ja auch Waffen bekommen. Für die Box, weißt du? Oha! Verstehst du? Es ist nur deswegen. Ich könnte die Waffen geben. Für Abo traden, weißt du? Damit halt... Weil ich will halt den Zuschauern auch sowas geben können. Warum machst du das? Nein, nein, nein! Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch! Komm hoch! Komm hoch! So dumm Frank! Sorry! Gönn dir, gönn dir! Okay! Gönn dir, Alter! Sorry, Mann! Warte, hier, ich schenk dir, ich schenk dir! Gönn dir! Nein! Danke! Sorry, Alter! Danke! So Leute, das war's doch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe natürlich wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns ansonsten das nächste Mal. Lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und teilt das Video mit euren Freunden. Ich bin's dann mal raus. Ciao, haut rein! FT Lofer Eure IN Untertitelung des ZDF, 2020